In den heutigen VIVI News schauen wir uns den nächsten Grail Comic Drop an und wann der stattfindet. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall an, was passiert denn gerade mit den Märkten und warum geht der Bitcoin gerade schon in weniger Zeit wieder auf 15% hoch, obwohl er gerade erst so gedroppt ist. Das und sehr viel mehr jetzt heute in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein VIVI OG mit dem wichtigsten VIVI News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute wirklich mit sehr wenigen Themen, da einfach gerade ziemlich wenig los ist, jedenfalls bei VIVI auf dem Kryptospace bzw. in den traditionellen Finanzbecken. Da ist aber ordentlich was los. Starten tun wir aber an dieser Stelle wirklich erstmal mit VIVI und zwar nämlich dem nächsten Comic Drop und das wird tatsächlich ein Grail Comic werden. Darauf gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal ein, wie so, weshalb, warum. Amazing Spider-Man Hashtag 6 sehen wir an dieser Stelle aus dem Jahre 1963 und das Ganze wird morgen am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit bzw. Stopp 16 Uhr deutscher Zeit droppen, denn wir hatten nämlich die Zeitumstellung in Amerika, deswegen werden alle Jobs jetzt gerade um 16 Uhr, wenn dort 8am past steht, stattfinden und ich glaube am 23., ich werde es ansonsten nochmal kurz einblenden, wird hier auch in Deutschland die Zeitumstellung stattfinden und dann sind alle Jobs wieder um 17 Uhr deutscher Zeit, bis dorthin immer dann um 16 Uhr deutscher Zeit. Ganz wichtig an dieser Stelle. Ansonsten, das sind einmal die Comic Cover, die wir dort sehen werden. Ich persönlich finde aber auch die Comic Cover sehr, sehr cool. Dementsprechend nehme ich den Drop definitiv mit. Wir haben es hier mit einer super Limited Edition zu tun, natürlich wie immer mit exklusiven Rare und Ultra Rare Covern und wir haben hier einen Listenpreis von gerade mal 7 Gems und eine Editionzahl von gerade mal 5000 Stück, also wirklich extrem wenig. Das heißt gerade mal 125 Secret Rats existieren überhaupt. Davon nochmal abzüglich die, die sich natürlich Vivi auch einbehält. Also wir sprechen hier wirklich von einem sehr, sehr spannenden Comic und was das Besondere hier dran ist, wir sehen hier die First Appearance of the Lizard und das ist unter anderem ein, ja sage ich jetzt mal so, Bösewicht, der auch gegen Spider-Man kämpft und tatsächlich auch so ein bisschen mit Doc Ock, also Dr. Octopus vergleichbar ist. Also in der Range kann man das Comic tatsächlich relativ gut einordnen. Es ist jetzt kein Mega-Grail, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes und interessantes Comic mit dieser First Appearance. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch in den Preisen wieder. Hier auf GoCollect haben wir zum Beispiel Preise von 37.000 bei einer 9.6. Eine 9.8 gibt es hier insgesamt dreimal, wurde aber noch nicht verkauft. Dementsprechend haben wir hier keine Werte, aber ich würde mal sagen 37.000 für eine 9.6 ist schon relativ ordentlich und dementsprechend für mich auf jeden Fall ein Comic, das ich mitnehmen werde. Kommen wir zum nächsten Thema und das sind so ein bisschen die traditionellen Finanzmärkte beziehungsweise auch der Kryptomarkt, der ja unter anderem auch einen Einfluss auf den Omi-Token hat. Und morgen kommen hier sehr wichtige Zahlen raus, was das Thema Inflation betrifft beziehungsweise den Verbraucherpreisindex, der uns schon mal ein sehr gutes Anzeichen gibt, wie hoch die Inflation wirklich ist, jedenfalls in den USA. Und im Endeffekt ist es dann sehr wichtig, auch für die Geldpolitik, welche die USA dann fahren wird, was wiederum einen sehr großen Einfluss dann auch auf uns beziehungsweise auf die traditionellen Finanzmärkte hat. Heute Nacht war außerdem einiges los, denn die FED hat tatsächlich wieder die Gelddruckmaschine angeschmissen und an alle Einlagen in insolventen Banken werden gerettet mittels neuer Bankterm-Funding-Programmen. Und außerdem wurde die zweitgrößte Bank, die SBNF, die Signature Bank, wurde auch außerdem geschlossen und Einleger bekommen alles zurück per FDYC. Das ist eine staatliche Organisation an dieser Stelle, die sich an dieser Stelle um diese Probleme dann dort kümmert. Außerdem hält Coinbase 240 Millionen geschlossen in der Signature Bank, ist dort aber tatsächlich zuversichtlich, dass hier auch Rückzahlungen dann von der FDYC erfolgen werden. Circle hat außerdem ein neues Statement zu dem USDC-Pack gegeben. Und zwar meinten sie, dass sie wahrscheinlich ab Montag wieder 1 zu 1 auszahlbar sind mit einem neuen Backing-Partner und das ist nämlich Cross River Bank und damit wird dann sozusagen auch der Pack wiederhergestellt. Außerdem kündigt Binance an, den Industry Recovery Fonds hier aufzulösen und dann eine Milliarde Euro bzw. eine Milliarde US-Dollar hier in Bitcoin, Ethereum und auch BNB zu stecken. Das wird natürlich auch den Markt bzw. auch den Kurs maßgeblich beeinflussen, denn eine Milliarde US-Dollar sind doch schon mal richtig ordentlich. Außerdem geht der Markt mittlerweile jedenfalls davon aus, dass zu 99% von nur 25 Pits oder gar nichts, also eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass hier die FED nicht weiter erhöhen wird und wenn überhaupt nur sehr wenig, da man ja momentan sieht, was es mit den Banken macht und natürlich hat die FED auch im Interesse hier nicht weitere Banken zu schädigen und damit in die Insolvenz zu treiben. Ja und momentan hat das Ganze auf jeden Fall auch einen sehr positiven Effekt, denn die Marktteilnehmer sind sehr positiv gestimmt. Eben hat nochmal Joe Biden, der US-Präsident, eine Rede gehalten von 5 Minuten, wo er erklärt hat, dass hier alle Banken auf jeden Fall sicher sind und die Einlagen, die dort auf jeden Fall Geld angelegt haben bei der Bank, da auf jeden Fall sicher sind. Also hat sich hier sehr zuversichtlich gezeigt, ob das Ganze dann wirklich auch so wahr ist, das kann man ja immer nicht so ganz wissen. Das ist auf jeden Fall das offizielle Statement, was wir dazu bekommen haben. Ende des Monats haben wir dann auch das FED-Meeting, das heißt dort wird dann auch entschieden, wie es weitergeht mit den Zinsen, ob wir weitere Basispunkte bekommen werden oder vielleicht auch gar nichts, denn man sieht auf jeden Fall momentan, dass das Finanzsystem schon ordentlich am Wackeln ist. Der Bitcoin hat sich aber auf jeden Fall hier in den letzten Stunden sehr positiv entwickelt, insgesamt 15% und wir sehen hier wirklich einen phänomenalen Anstieg wieder nach oben. Ob das eventuell schon tatsächlich die Binance-Käufe sind von Bitcoin, das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ja, wir sehen hier wirklich einen ordentlichen Push nach oben, natürlich auch nach den Statements und der doch eher bullischen Aussicht hier dann für den Bitcoin. Außerdem könnte der Bitcoin im Allgemeinen doch nochmal an Popularität gewinnen, denn wenn die Leute Angst haben, ihr Geld auf der Bank zu lassen und dann andere Risikoassets suchen, wo sie das Ganze zum Beispiel anlegen können oder ihr Geld sichern können, dann könnte ja eventuell auch der Bitcoin infrage kommen. Schauen wir uns aber nochmal kurz den Omi-Token an. Der Omi-Token lanciert momentan bei 0,00089 US-Dollar, ist hier gerade mit 1,3%, ein bisschen im Plus, aber man muss wirklich sagen, es geht hier mehr abwärts momentan als aufwärts. Hier, wenn man sich die letzten sieben Tage anschaut, dann sind wir hier eigentlich in so einer sehr, sehr lächerlichen Range, wo wir uns gerade befinden. Ob das jetzt das Ende ist vom Downtrend oder hier schon ein Uptrend sich abzeichnet, das kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich persönlich verhalte mich momentan relativ zurückhaltend und warte auf jeden Fall noch mindestens das Fed-Meeting ab beziehungsweise die Inflationsdaten, bevor ich hier weiteres Geld in die Finanzmärkte stecke. Und das war es an dieser Stelle auch schon mit diesem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat und auch diese kurze Ergänzung zum Markt, dann würde ich mich auf jeden Fall riesig von dir über ein Like freuen. Und ansonsten wünsche ich dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Start in die Woche und bis dann, dein Käpt'n. Ciao, ciao.